Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Shakes and Fidget. Ich bin mittlerweile Level 100 geworden und habe auch schon die Toilette erreicht. Jetzt ist meine Quest fertig und habe direkt mal so ein Drachenkostüm bekommen. Ist eigentlich ziemlich nice und also ist richtig geil. Hier, ich habe heute gespielt. Aura 2. Das ist eigentlich ziemlich geil. Hier direkt erstes Mal spülen. Epic, nehme ich mal die kurze Quest und... Haa. Finde ich eigentlich richtig geil. Was gibt es hier der Kittel da? Ups. Hallo. Hallo. Nichts Neues, nur hier ein paar Angriffe. Ist Internet ziemlich lahm heute. Wollen wir einfach unter Fähre anfangen. Und ich jetzt... Oh Gott. Natürlich gewinnen wir. Ich meine... Was ist da los? So, jetzt geht's endlich. Das war's auch schon und hier haben wir die mit Dosa der Sümpfe. Ein Intelligenz-Gener. Oh, all... Hallo. 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 Check das Fähre. Hallo. Wenn die mit einem crit anfängt. Ja! noch mal was im Sommer bekommen das ist sehr geil so weiter geht's auf Server 29 bin ich Stufe 44 geworden und hier immer richtig Portionier Attribute noch mal richtig reinhauen Ausdauer Glück ach herrlich ich zieh jetzt auf Ausdauer Alter alles reingebuttert so bis 80.000 ja und jetzt noch gesteckt er hat man wohl so ist es geil hier in der Arena auch in der Kampf gegen den Tummi Union um Lerner verloren dann sind sie an die Hälfte nicht steinkort ja auch trank und hinterher jetzt mal den Herd auf inzwischen versuchen denn das wird auch schon Zeit dass der mal fehlt was 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 ich hab dir noch nicht mal Schaden gemacht also was bitte hä du mieser Geschick hier dafür wird es doppelte Rache geben so nehmt die hier und so 1 Indien warte ich bin nicht sicher habe ich hier in die Gilde gekickt nein habe ich dich erinnern kann ging Galaxy ich lasse den Arenakampf jetzt einfach mal so durch wenn es nicht zu lange dauert aber wir sind doch nicht so viele Member dann dann Vielen Dank. So, jetzt komm. Heute darf ich ja noch nicht gestillt, geskillt gehabt. Nein. Jetzt die Magier, okay, kann man sich das ganz gut anschauen. Da habe ich husten müssen. Ich habe mich mal kurz gemutet. Ach, das dauert zu lang. Dann kann man überspringen. Okay, wir haben es 162er bekommen. Das ist schon echt episch. Das sind die schon 26. Mittler. Zeit an! Herrgott, ey. Ja. Bosskiller. Das sind eigentlich schon eine richtig starke Hilde geworden. Was eigentlich auch richtig geil ist, wenn... Er wird immer stärker, stärker, stärker. Und hier haben wir auch einen... ...Killkampf, den würden wir jetzt hier mal in einem schnellen Durchlauf machen. Kann man schalten, jetzt mal mich an. AW gewinnt das. Easy. Hier verlassen mittlerweile so viele, die Kinder. Ich verstehe das nicht. So, und... Arena-Kampf ging dann, wow. Ja. Aber trotzdem gewonnen ging dann... Jadine. Oder Jadine verdient, keine Ahnung, wenn man das ausspricht. Gott. Und es gab sowas, so, aber 28 Prozent, das ist wirklich... So, was von unter anderem Sau. Ungeheuer könnte es jetzt auch mal fallen. Nicht mit solchen Gritzen, aber... Der ist sieben Stufen her, wie ich. Alter. Ich hab gar nicht gespielt. Mein Gott, bin ich ein Idiot. Ich hab nicht. Dann nehmen wir Attribute. Skillern. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. zack 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 jetzt leckt es wieder und jetzt bekomme ich garantiert voll viel drauf ba 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 baam boah Glück habe ich vernachlässigt, alter ich zieh... wie viel Glück habe ich von dich? die Glückseitek anziehen 340% das wird jetzt aber natürlich nicht tun da bin ich doch ja ich werde auch noch nicht leider noch nicht Level 100 aber ja das war noch schon wieder mit dem Lett play schicks und Fidget hier habe ich nochmal so äh 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 und das auch nur dann so war 30 hätte heute starten könnte ich auch nur aktualisiert das mal ja das ist eine nervige Werbung aber tja ist nicht gestartet kann auch nichts machen ich würde sagen das war es dann auch schon wieder wir sind uns dann hoffentlich beim nächsten Mal tja tja